Applaus der Einsatzkräfte. Das große Feldkrankenhaus auf dem Messegelände IFEMA in Madrid macht dicht. Es war im März angesichts rasant steigender Corona-Infektionen eigens eingerichtet worden, um gegen die Pandemie anzukämpfen und vor allem, um den Druck von regulären Krankenhäusern zu nehmen. 4000 Covid-19-Patienten wurden hier seither behandelt, 17 von ihnen starben. Inzwischen flacht die Kurve der Neuansteckungen in Spanien etwas ab. Dennoch bleibt die IFEMA-Klinik auf Standby, damit sie im Fall einer zweiten Welle rasch wieder eingesetzt werden kann. Am Freitag meldeten die Behörden derweil 281 Coronavirus-Tote mehr als einen Tag zuvor. Allerdings ist es auch der zweite Tag in Folge, an dem die Sterberate unter 300 pro Tag liegt.